Ohohooo! Ohohooo! ... die Umzüge beim Lagerbaumsteller und so weiter. Hartkräftig hilft! Ich muss also wirklich sagen, es ist richtig toll mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Frau Lohre! Ich kriege! Frau Lohre! Ich kriege! Achtung, Papa, du, viel Spaß! So, und wie immer wird unser Umzug angeführt vom Hochgradfahrer. Und unser Franz Spenger, nachdem er eigentlich jetzt so langsam ins Alter kommt, hat endlich wieder ein Nachfolger gefahren dürfen, denn er ist immer noch gleich ein bisschen zu schnell. Und dann ist das ein schwarzer Musiker. Danke, Lohre! 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 So, und dahinter haben wir die Kreative Musiker. Wirsten! Wir uns damals folgten, als die Siegung erst an der Tauchung hoch war, die historische Nachzahl, Magno! 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 So, natürlich, der Otto führt das Ganze an. Das war super! Vielen Dank, Marli! So, das nächste Sondent ist schon unsere Kauljolle, ebenfalls aus Seidorf. Die Luftwund-Kapelle Luftwund! Die Luftwund-Kapelle Luftwund! Geh er es doch! Geh er es doch! Geh er es doch! Und unser Wiedersatz! Geh er es doch! 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 Nachưới Kürbis So, und unser Riedhänsele, der ist ja noch einer Figur gekauft. Er hat damals bei der großen Fuchsenlage geholfen, den Füchsen herzuhören. Zeugt uns, dass Riedhänsele, wie das mit der Paubace geht. Vorsicht! So, vielen Dank, und Marie! Marie! So, und bei unserer nächsten Gruppierung sind wir wieder beim Friedersacher Best-End. Bei unserer Brüder-Sachetze. So, und wir bleiben natürlich im Häfler-West-End. Hier an der Brüder-Zung, Ferdinand von Ines, der sind viele jetzt, die immer wieder mal Bürger von Friedershafen dazu, von Dommerl, Prinz und Prinzessin zu spielen. Und der war sehr, da kommt so richtig mal raus, was für schöne Frauen in manchen Männer steckt. Wer bist du? Wer bist du? Mami-Kuh! Wer bist du? Mami-Kuh! Mami-Kuh! So, und als nächstes haben wir den Vanfahrenzug König Wilhelm aus Mangenargeln. Und als nächstes haben wir heute den Vanfahrenzug König Wilhelm aus Mangenargeln. Servizo! 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 So, und als nächstes haben wir ein super Schicht damit unsere Senatoren. Ach jetzt, Leute, Leute, ja, von sich. Sowieso! 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 Das sind nicht nur Sprechübungen für Nichtstaben, sondern das sind natürlich richtig schöne, gemütliche Gesellen. Und woher kommt denn das? Bitte die Feierleiter mit den schönen Händen. Das ist ein bisschen genau so gut. Ja, ja, ja! 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 Ja, das sind die Leute sind so gut, wenn wir in meinem Leben ausgehen. Das sind viele Leute nicht so gut zu haben. Ja, ja! Ja, ja, ja! Oh, ja, ja! So, und jetzt kommen die, die vorher auf welcher Weise in die Schifteinholung wollen, unsere Senatoren-Aussprang an. Sie sehen schon, es sind viele Vornehmer, die sind viele Jugendlichen, die sind, die sind, die sind, so ist sie, 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 so ist sie. Ich bin bei dem, ich bin mit Eure Geisse. We can win the race, oh We will take the chance, oh Only the strong survive We'll stay by your side